Frau Pleim, ich möchte Ihnen ein Exemplar meines Buchs überreichen und Ihnen dabei danken. Sie werden sehen, dass Kapitel 28 sich um Sie dreht. Und das war dank Ihrem Buch und auch dank dem netten Interview. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich haben. Und ich hoffe, in weiterer Zukunft, wir werden uns noch einmal sehen. Das hoffe ich auch. Noch was? Zuckerus, ich hoffe. Nein, nicht mehr. Wir bleiben in Kontakt. Danke schön.